Das Originalbild, ich hatte da ja letztes Mal ein Screenshot von gemacht, das sieht so aus. So, und jetzt werdet ihr das sofort wiedererkennen. In diesem ganzen Konstrukt hier, das ist ja auf meinem Schreibtisch aufgebaut, relativ gerade so fotografiert. Und da seht ihr jetzt hier, dass genau das, was ich gesagt habe, obwohl das zwei weiße Kugeln sind, ist wirklich bei der Kugel, die hier vorne liegt, ist ein ganz großer Kontrast. Ich habe hier einen ganz hellen Lichtpunkt und habe hier einen ganz dunklen Körperschatten. Der Schlagschatten ist sogar noch dunkler und wenn man nach hinten geht, dann gibt es auch noch hier dunkle Schlagschatten. Also was man natürlich sagen kann, von der Kugel strahlt auch wieder ein bisschen Sekundärlicht zurück. Also ich habe, das Primärlicht kommt ja von der Schreibtischlampe, die sich ja hier spiegelt. So, das sieht man ja hier so ein bisschen in den Kugeln. Und strahlt auf den Tisch. Das Licht wird dann zum Sekundärlicht, strahlt an die Kugel und von der Kugel strahlt es natürlich auch wieder zurück in den Schatten. Auch hier wird das so sein, dass Licht auf den Tisch strahlt, strahlt wieder hier an diese Kante von dem Holz und dann auch wieder hier unten in den Schlagschatten rein. Also es ist immer so ein Wechsel. Man sieht teilweise sogar so die Farben, wie die sich auch wieder so ein bisschen spiegeln. Vielleicht so ein bisschen gelb hier von dem Deckel sieht man auch hier in dem Schlagschatten drin. Alles beeinflusst sich gegenseitig und deshalb kann man da gar nicht so detailliert drauf eingehen. Wie ich eben gesagt habe, macht die Oberfläche hell und die Seite genauso hell und dann nur eine Seite im Schatten. Versucht das Bild für den Betrachter so einfach wie möglich aufzuräumen. Und wichtig ist, dass er die Räumlichkeit erkennt, also die Struktur der Objekte und die Perspektive. Hier vorne die größte Kontrastperspektive geben, was ich eben gesagt habe, mit hier vorne der größten Dunkelheit und dann nach hinten durcharbeiten. So, dass man vielleicht hinten dieses Brett überhaupt nicht mehr großartig mit Kontrast versieht. Jetzt möchte ich euch nochmal zeigen, wie man ein solches Bild, weil es war ja alles so ein bisschen unter Zeitdruck und so, wie erfasse ich sowas möglichst schnell und bringe das mit der richtigen Perspektive und allem möglichst in dieser kurzen Zeit zu Papier, dass das der Betrachter dann aussieht. Ihr müsst euch immer in die Situation versetzen, vielleicht ist das was, was ihr gar nicht so lange sehen könnt. Wenn ihr natürlich alle Zeit habt, so einen ganzen Tag Zeit, könnt ihr euch da vorsetzen. Aber vielleicht ist das ja wirklich was, wo ihr so sitzt und müsst das ganz schnell einfach abzeichnen. Und wie gehe ich dabei vor? Mal so ein bisschen Analyse betreiben hier. Und jetzt, ich will noch was euch erklären hier. Ihr habt ja in euren Zeichnungen, habt ihr gesehen, dass eigentlich alle diese vordere Billardkugel so wie so ein Ei gezeichnet haben. Dann habe ich gesagt, ja, ihr müsst das auch zeichnen, was ihr seht, aber es muss auch für den Betrachter erklärbar bleiben. Also wenn die Kugel rund ist, muss die auch rund sein. Ihr habt das natürlich eierförmig gezeichnet, weil das Objektiv von der Kamera das perspektivisch verzogen hat. Das ist genau das, was ich letztes Mal oder vorletztes Mal bei der kurvenlinearen Perspektive erklärt habe. Die heutigen Fotoapparate haben eigentlich alle so eine Art Weitwinkelobjektiv und ziehen an den Seiten das Bild so ein bisschen größer, damit man das nicht wie durch so ein Fischaugenobjektiv sieht. Und da muss man dagegen arbeiten. Ich würde zum Beispiel, habe ich ja gesagt, auch das in einer Zweifluchtpunktperspektive zeichnen. Hier sehe ich ja, dass unten noch einen Fluchtpunkt sich ergibt, den würde ich dann eher weglassen. Dann sehe ich auch, dass diese Objekte, ich habe euch natürlich beigebracht, immer nur die perspektivischen Fluchten zu beachten. Beim Zeichnen ist das Kunststück immer hin und her zu schalten zwischen verschiedenen Betrachtungsmöglichkeiten. Ich muss einmal als analytischer Perspektivenprofi da drangehen, aber auch mal als der Betrachter, der es einfach nur schön finden will. Und jetzt stelle ich mich mal ganz doof und bin vielleicht ein Außerirdischer, der noch gar nicht weiß, was hier dargestellt ist und soll das jetzt abzeichnen. Und dann sehe ich erst mal unterschiedliche Farbflächen und Tonwerte. Und dann schaue ich mir an, einfach mal nach einer ganz einfachen Analyse und zwar mit senkrechten Linien und horizontalen Linien. Und da könnte ich zum Beispiel schon mal sagen, dass hier eine Lücke ist zwischen der Billardkugel und diesen Kästchen, geht bis hier hoch zum Brett. Dann schaue ich mal hier weiter. Also die Kästchen, die überragen noch hier die Billardkugel so ein Stück. Und ungefähr auf der Mitte der Kugel ist hier die Kante des Brettchens. So, wenn ich jetzt hier weitergehe, das Brett liegt fast, so die Ecken liegen fast übereinander senkrecht, aber ein bisschen gedreht. Das habt ihr ja auch richtig gemacht. Dann auch hier gleich horizontal zu überprüfen. Die horizontal ausgerichteten Ecken, das Licht ist auch so ein bisschen gedreht. So, und dann gehe ich hier zu der nächsten Kugel. Die liegt ziemlich kompakt hier in diesem Bereich dieser Kästchen. Also ist hier genau in dieser Kontur drin. So, und dann hier weiter bis zu dieser Dose. Da ist richtig eine Lücke und dann haben wir die Dose hier. Und dann, wie gesagt, kann ich auch horizontal das Ganze durchgehen. Also kann sagen, auf dieser Kante hier ist, wenn ich jetzt hier sie horizontal hinsetze, da bei diesen beiden Ecken, dann ist das ungefähr hier, wo die Dose aufhört. So ganz ungefähr, wenn ich jetzt hier weiter runtergehe, kommt nach der letzten Ecke vom Brett, kommt hier so die Mitte von der Kugel. Das ist auch ungefähr hier, wo die anderen Kästchen liegen. Und da drunter kommen eigentlich die anderen erst. Und dann erst hier, hier nach so einer Lücke, so irgendwann die andere Kugel. Ich kann auch noch mit Diagonal, mit den Fluchten kann ich natürlich auch messen hinterher. Das sind diese Fluchtlinien, könnte ich zum Beispiel sagen, dass hier das angeschnitten wird. Also die Kugel wird hier so angeschnitten von einer Flucht, die hier so durchläuft. Und hier die andere Flucht läuft hier. Die unteren Kästchen liegen ja hier fast parallel, aber auch nur fast. Das muss ich dir dann genau angucken. Oder hier die Symmetrieachse der Dose läuft so. Das ist also an allem vorbei. So, ich lege das mal hier hin. Ihr habt es ja jetzt gesehen. Und ich zeichne das nochmal schnell, wie ich das eben beschrieben habe, so ab. So, ich habe ja gesagt, so ein bisschen höher. Ich würde das jetzt in so einen Platzhalter schon mal ungefähr einordnen. Man kann das natürlich versuchen, gleich so drauf zu knallen aufs Blatt. Aber das ist jetzt hier so ein bisschen wie Fahren mit Stützrädern, dass ich mir Sicherheiten schaffe. Hier die eine Kugel lag ja wesentlich weiter unten. Je nachdem. So, und jetzt teile ich das Ganze nochmal grob auf. Ich habe hier oben dieses Brettchen. So, und ich mache das ganz billig mit solchen Platzhaltern, die ich schon mal so ungefähr positioniere. Also, dann kommt hier eine Kugel, dann kommt hier die Dose, dann kommen hier die anderen Kästchen. So, und dann kommt hier die andere Kugel, die perspektivisch, ja, ziemlich groß ist. So, jetzt habe ich schon mal so eine Idee davon, wo was ist. Dann habe ich gesagt, hier zwischen, das passt auch, da geht es einmal senkrecht hoch. Und die Kante hier oben von dem, die Ecke schließt irgendwie so ab, dass ich hier eine Ecke habe, horizontal hier rüber gedacht. So, über der Kugel, hatte ich gesagt, ist die andere Ecke, so ein bisschen nach hier unten geneigt. Hier so nach links unten, so. So, dann habe ich ja schon eigentlich so auf der Höhe jetzt eine Ecke, oder hier so, die dann passen könnte. Und da habe ich gesagt, habe ich aus dem Winkel, der sich jetzt ergibt von dem Brettchen, der saust hier an der Kugel vorbei. So, und dann messe ich den Winkel aus. Also, ihr habt es jetzt nicht so vor euch, aber ich halte den Stift so in die Luft und visiere den Winkel an. Und dann hole ich mir den Winkel auf mein Blatt und zeichne den einfach hier drauf. So, erstmal so eine Hilfslinie. Und ihr könnt das ruhig so machen, dass auch kein Mensch erstmal irgendwas erkennt bei euch auf dem Blatt. Es geht ja erstmal keinem was an, was ihr da macht. So, und irgendwann müsst ihr dann zupacken. So, okay, hier wäre jetzt dann ungefähr, wenn ich jetzt so sage, die eine Ecke. So, dann kommt hier eine andere Flucht hin. So, von hier dieser Ecke. Und dann habe ich eigentlich schon die Grundform des Brettchens fast fertig. Weil, ihr seht ja jetzt, diese beiden Fluchten, wenn der Winkel so steil ist, dann muss der andere Winkel, der hier oben das Brettchen abgrenzt, flacher sein. Denn zum Horizont hin wird immer alles flacher. Da muss ich jetzt gar nicht großartig hier messen oder so, sondern, oder kann sogar immens flacher sein. So, wie ich das hier sehe. Dann ist der andere, da habe ich ja schon den Punkt hier hingesetzt. So, dann kommt der, hier habe ich diesen Winkel und hier kommt jetzt ein flacherer hin. Und der muss, das kann ich eigentlich schon hinsetzen, ich hatte ja gesagt, dass von hier aus fast senkrecht, aber auch so ein Stück geneigt. Da kommt jetzt der andere Punkt hin. So, passt das nicht ganz so hier hin. Immer noch mal so ein bisschen nachgleichen. Nichts davor scheuen, das ganze Konstrukt noch mal zu verändern, zu verbessern. So, dann ist das hier so eine Doppelkontur. So, also das Brettchen habe ich jetzt übrigens genommen, weil das die klarste Struktur ist. Die größte und klarste Struktur. Eigentlich soll man ja auch von vorne nach hinten zeichnen, aber ich habe das auch zum Messen jetzt genommen. So, und die senkrechten, die ich sehe, die setze ich jetzt mal absolut möglichst oder ziemlich senkrecht. Nur so einen Tick vielleicht nach innen, damit es nicht unrealistisch aussieht. Jetzt setze ich hier eine Doppelkontur. Das ist fast parallel. Das ist jetzt so die Höhe des Brettchens auch. So habt ihr es vielleicht ja auch gemacht. So, und jetzt, wenn ich alles richtig gemacht habe, trifft sich das hier in dem Punkt, dass das Brettchen jetzt so eine Doppelkante hatte in diesen Kanten. Das vernachlässige ich jetzt jetzt noch erst mal. So, wie geht es weiter? Jetzt habe ich in einem gewissen Abstand, also diese Kugel, die hat hier genau das Brettchen hier unten berührt. Also ich habe das schon ungefähr hier hin platziert. Und hier die anderen Kästchen, die hier kommen, da war eine Kontur auch ziemlich nah hier dran. So, diese Zwischenräume, die müsst ihr auch immer beachten, die negative Räume. Da ergibt sich dann so eine Form. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich zeichne das einfach schon mal hier so hin, ohne es großartig zu erklären, dieses Kästchen hier hinzeichne, dann sieht das folgendermaßen aus. Und so, die Kugel, die ist hier und berührt auch fast dieses Kästchen von der Kontur her. So, rund zeichnen. Und jetzt hier seht ihr, dass sich hier so ein, wie so ein spitzes Ding hier mit so einem Winkel formiert. Und das ist jetzt das, was ich auch original sehe, auf meinem, vor mir sehe praktisch. Und das ist die negative Form. Und die muss genauso stimmen, wie die echte Form. Die Kugel und das Brettchen und so, also diese Zwischenräume müssen dann genauso stimmen. So, natürlich, ich würde noch schneller zeichnen, wenn ich es nicht erklären würde. Senkrechten einfügen von diesen Eckpunkten, die ich erzeugt habe. Da mache ich keine Gefangenen, sage ich mal. Ich zeichne jetzt wirklich nur Senkrechten. So, jetzt kommt hier der untere Teil des Kästchens, also fast parallel zu der Flucht. Vielleicht noch der Deckel gleich, das ist auch noch hier so eine, doch wie so eine Doppelkultur. Und zu der, dem Winkel auch ein fast paralleler Winkel, der so läuft. Dann habe ich eigentlich das Kästchen schon fast fertig. Und wie ihr seht, mache ich auch noch nichts mit Kontrastperspektive und so. So, ich platziere das alles erstmal nur. Dann lag hier drunter noch ein Kästchen, das kann ich auch gleich von Winkel zeichnen. Da sehe ich zum Beispiel, dass hier nur so eine kleine Ecke rausschaut. Dann nehme ich das gleich mal ernst. Kann mir vielleicht den Winkel des Kästchens nehmen. Aber dadurch, dass schon so viele Dinge jetzt drauf sind, kann ich mich an denen auch orientieren. Ich kann zum Beispiel sehen, dass hier die eine Kante hier anfängt. So, und sehe jetzt zum Beispiel, dass, was ich auch vorhin gesagt habe, von dem Kästchen, der eine Winkel, der geht hier knapp an der Kugel vorbei. So, und dann kann ich das auch wirklich als Winkel hier draufsetzen. Und es ist absolut richtig. Es muss richtig sein. Das ist hier, wenn ich jetzt die Ecken setze, das muss die Kontur des unteren Kästchens sein. So, und dann Doppelkontur hier hinsetzen. So, und hier habe ich jetzt eine Flucht. Und dann muss die andere Flucht ungefähr, natürlich, wenn die so steil läuft, wieder flacher laufen. Weil es geht ja näher an den Horizont dran. Und dann, also so, so, so. Ja, hier ist so ein bisschen so eine, was ich nicht so genau zeichnen konnte jetzt. Weil diese Kante geht genau bis zu der Ecke von dem unteren Kästchen. So passt es aber dann ungefähr. Der Betrachter sieht ja nicht, wie es in Wirklichkeit aussah. Ist dann immer die Ausrede, die man nutzen kann. Och, dann mache ich gleich hier bei der Flasche weiter. Ich sage ja immer, man soll von der Symmetrieachse aus anfangen. Aber ich mache jetzt mal so weiter, dass ich hier diese negative Form nachzeichne. Da sehe ich zum Beispiel, dass die Kontur der Flasche so aussieht. Dass die sich hier so hinlegt. So. Und wenn ich das so sehe, dann kann eine nach hinten verlaufende zylindrische Form eigentlich nur so sein, dass jetzt hier ein steilerer Winkel irgendwie kommt. Den kann ich auch messen. Aber ich setze den jetzt mal so hin. Ich habe ja hier schon für mein ganzes Objekt diesen Platzhalter gesetzt. Und das läuft jetzt so. Ja, das passt wieder ganz gut aus. Und jetzt kann ich auch hier zwischen eine Symmetrieachse platzieren. Die ist jetzt, also irgendwann muss sie kommen. Symmetrieachse ist immer sehr wichtig, um dann die Ellipsen, die elliptischen Strukturen eben zu zeichnen. Da habe ich einmal jetzt hier vorne für den Deckel, das ungefähr hier so weit vorne ist. Übrigens, ihr habt den alle irgendwie ein bisschen weiter vorne gezeichnet noch. Also so weit hinten möchte ich eher sagen. Also da kommt jetzt die Symmetrieachse des Deckels mal hin. Und dann des eigentlichen Körpers dieser Dose kommt ungefähr hier hin. Das erkläre ich jetzt gleich nochmal ein bisschen. Also da würde ich jetzt hier die Eckpunkte oder der Ellipse setzen, also die Außenpunkte, den weitesten Abstand. Hier habe ich ja dann immer einen rechten Winkel. Und jetzt gehe ich zum Beispiel bis hier oben hin. Dann habe ich den, und hier unten muss ich den gleichen Abstand einhalten. So ungefähr wäre das. Und jetzt kann ich in diesen Bereich meine Ellipse reinsetzen, die ich einfach hier erstmal so schön einmal so rum, einmal so rum kreisen lasse. Ich brauche ja eigentlich nur hier diese obere Kontur. So. Und in dem Bereich hier vorne, deshalb habe ich ja das hingesetzt, hier kommt jetzt noch ein Deckel hin, der ungefähr so breit ist. So. Das mache ich auch mit diesem Abstand. Und jetzt setze ich hier vorne meine Ellipse hin. Und hier hinten kommt jetzt der Abschluss hin. Das ist natürlich auch so eine Ellipse. So. Und jetzt habe ich hier diesen Deckel. und hier hinten dann der Abschluss, das mit dem, der Boden, der ragt ja jetzt hier nach oben. Und da setze ich jetzt auch die Symmetrieachse hin, die zweite auch im rechten Winkel. Und jetzt muss das runder werden als das. Könnte ich also auch messen, dass ich sage, hier dieser Abstand wird so groß. Jetzt ist ja immer das Verhältnis von Breite zu Tiefe. Es darf natürlich auch kein Kreis werden. Also, es muss schon noch elliptisch bleiben. So. Aber so sieht das doch ganz realistisch aus. So. So. Jetzt habe ich den Abschluss so. Das ist jetzt diese Dose. Dann mache ich mal auf der anderen Seite weiter. Da kantete diese, von der Kontur her, das genau an die, an das Brettchen. So. Und dann jetzt hier unten. Also hier ist der Winkel flacher. Und vom Horizont weg wird der Winkel steiler. Da kann man dann alles so nach Schema F arbeiten. Hier oben habe ich als negative Kontur wieder so eine kleine Ecke. Kann ich mir wieder als Anhaltspunkt nehmen. Und hier vorne entsteht in der negativen Kontur eine spitze Ecke. So. So. Nicht verwischen hier. So. Und jetzt nehme ich da draus, entwickle ich jetzt den anderen Winkel hier. So. Und dann läuft der hier drauf zu. Und das ist auch in der Wirklichkeit so. Läuft also hier über die Kästchen so weg. Und jetzt ist der Winkel hier flach. Und jetzt wird er wieder steiler nach außen hin. Da habe ich ja gesagt, der soll nur bis hier hingehen. Das habe ich schon. Da hat man eigentlich ein ganz gutes Gefühl für solche Gesamtproportionen. So. So. Vielleicht hätte ich das hier ein bisschen weiter hochgekonnt. So. Jetzt hier setze ich meine Ecken. Jetzt setze ich meine senkrechten. Und hier noch Doppelkontur. fast parallel. Solche Strukturen sind ja drauf. Deshalb, ich sage immer, alle Linien, die man gezeichnet hat, auch wenn sie falsch sind, erst mal drauf lassen. Man kann bestimmt noch was damit anfangen. Und wenn es nur Tonwerte sind. So. Jetzt hier lag fast parallel zu dem lag hier das andere Kästchen, nur ein bisschen anders angewinkelt. So. So. Der Winkel hier ist so. Der andere Winkel wird nach oben wieder flacher. Deshalb, also auch wenn das nur so ein bisschen rausragt, würde ich trotzdem eine lange Hilfslinie immer zeichnen. So. Hier steht die Spitze so ein bisschen über. Also kann ich hier draus jetzt den anderen Winkel entwickeln, der ungefähr so läuft. Und hier jetzt nicht mit dem hier verwechseln. Also hier, das geht gar nicht so weit bis hier vorne, sondern nur bis hier. So. Und wenn das hier flach ist, wird das steiler. So. Dann habe ich das andere Kästchen jetzt auch schon hier drunter. So. So. Und jetzt einfach hier die Kontur nochmal. Oder diesen Winkel nochmal doppeln, ungefähr. So. Und jetzt die andere Kugel. Das war jetzt das große Ding, dass die auch schön rund wird. Und da hatte ich ja gesagt, die muss hier angrenzen. So. Das als Grenze. Und hier oben ungefähr diese Ecke. Also in dem Bereich, weiter darf die Kugel nicht raus. Und hier zeichne ich jetzt einfach aus meiner fließenden Bewegung eine Kugel. Und das lasse ich auch so. Das soll genauso fusselig außenrum bleiben. Also nicht jetzt so eine Kontur nachzeichnen. Denn jetzt würde ich höchstens jetzt sagen, dass hier die Lichtpunkte sind. Bei beiden Kugeln ungefähr gleich. So. Und jetzt, wie ich es euch eben gezeigt habe, knalle ich hier auf die Kugel die größte Dunkelheit. Vielleicht sogar gleich mit einer Kreuzschraffur drauf. Die ich dann nach außen hin so ein bisschen auslaufen lasse. Ihr seht das ja auch hier gar nicht, dass ich das alles so durchschraffiere vielleicht. Ich mache es bei der anderen Kugel vielleicht mal anders. Sondern ich setze gleich hier solche Schraffurpflaster. Und jetzt seht ihr hier, wie die Kugel hier nach vorne kommt. Und ich sehe keine so brutale Kontur. So. Ich könnte jetzt noch weiter gehen. Also hier vorne noch. Das ist natürlich eine weiße Billardkugel gewesen. Das ist halt immer der Zwiespalt. Warum mache ich das dann so dunkel? Aber da müsste ich ja alles jetzt dunkel machen. Aber das ist jetzt erst mal so. Und jetzt kommt dann der Schatten hier drunter. Der Schlagschatten. So. Und jetzt hatte ich ja gesehen, in der Wirklichkeit, der Schlagschatten ist insgesamt etwas dunkler als der Körperschatten. Oder aber auch die Dunkelheit hier. Die hier. Das nehme ich jetzt erst mal als die dunkelste Dunkelheit. Und das soll ungefähr in dem Schlagschatten auch so sein. Und jetzt setze ich hier mal so eine Schraffur hin. Ich setze die Schraffur mal der Einfachheit halber einfach horizontal. Weil der Tisch ist ja auch horizontal aufgestellt. So. So. Ich könnte ja zum Beispiel jetzt, weil mir das zu hell ist, dann kann ich sagen, ich nehme jetzt nochmal. Ich sehe hier so eine Lichtrichtung. Ich nehme jetzt nochmal die Richtung des Lichts auf und schraffiere nochmal so. Dann habe ich eine passende Kreuzschraffur. In diesem Bereich wird es so ein bisschen dunkler zur Kugel hin. Da habe ich fast diese Dunkelheit hier. Und dann ist das teilweise, vielleicht habt ihr das auch gesehen, am Rand wird es auch nochmal richtig dunkel. Also hier so teilweise, müsst ihr mal darauf achten. Bei manchen Objekten hat man den Eindruck, dass gerade am Rand in der Kontur, dass das da nochmal richtig dunkel wird. Und das ist auch so. Das ist ein ganz interessantes Phänomen. Weil ja hier aus dem Zentrum her, habe ich ja gesagt, dass Sekundärlicht nochmal auch gespiegelt wird auf den Tisch. Ja. So. Und auch in diesem Bereich nochmal aufhält. So. Aber das will ich nicht so lange an der Kugel. Also so ähnlich würde dann auch die Kugel aussehen. Jetzt kann ich mal zum Beispiel so machen, dass ich einfach jetzt, ich sehe das hier so. Und dann setze ich jetzt einfach so hier mal eine angedeutete dritte Kontur, ratsche hier einfach mal so eine Schraffur runter, weil ich weiß ja jetzt, wie es funktioniert. Und baue hier einfach eine Kreuzschraffur so rein, die ich dann einfach hier noch so ein bisschen auflöse. Also nicht so, so eine Kugel hat ja keine Struktur, dass ich also hier irgendwie versuche, was eher Strukturloses zu erzeugen. Ist natürlich jetzt eine sehr harte Schraffur. Aber ich will ja auch schaffen, dass die nach vorne kommt. Also hier von der Kontrastperspektive. Und jetzt auch wieder hier der Schatten drunter. Schatten endet jetzt hier so an der Flasche. Und dann Licht und Schatten räumen immer auf. Dann kann ich hier das hier so reinsetzen. Und dann wieder die Richtung des Lichts. Dann habe ich wieder die passende Kreuzschraffur. Und hier ist das nicht so ganz sauber, aber in der Wirklichkeit sieht es ja auch so ein bisschen so aus. Ich kann es ja noch mal ein bisschen ausradieren. Dann hier unten, hier ist das ja so ein bisschen so, aber hier entsteht ein bisschen so eine leichte Helligkeit durch das Sekundärlicht. So, wenn ich das wieder reinradieren und zeichne erst mal keine Außenkontur für die Kugel. Die soll sich selber ergeben. Zum Beispiel hier oben hat das Brettchen. Da könnte ich jetzt so ganz leicht noch eine Kontrastperspektive andeuten. Hier vorne vielleicht so, aber nicht zu viel. Und hier ist mein Körperschatten, der Schlagschatten. Ich gehe jetzt das mal einfach so durch, dass das jetzt eher parallel läuft. So, und dann bis hier. Und wenn ich jetzt den abschließe, dann muss ich das auch in der Perspektive machen. Also hier muss jetzt der Abschluss dieses Körperschattens hin. Und da kann ich ja sagen, jetzt gehe ich mal, versuche ich auch mal nur die Richtung des Lichts zu gehen. So. So, und jetzt ende ich das direkt an der Kugel. Und jetzt ergibt sich durch den Schlagschatten auch die Kontur der Kugel. Ich muss gar keine echte Kontur zeichnen. Das sieht nämlich dann oft nicht korrekt aus, wenn die Objekte eben dann überall Konturen haben. Und in Wirklichkeit haben die gar keine. Genau wie die Dose hat eigentlich auch keine Außenkontur. Was interessant ist, eigentlich sind beide Schatten, der Körperschatten und der Schlagschatten, die gleiche Temperatur, also der gleiche Tonwert. Aber durch die Richtung der Schraffur habe ich ja jetzt die Qualität doch verändert. Das kann man sich dann mal so merken. Also sowas, also die Richtung der Schraffuren können auch so ein bisschen die ganze Sache aufräumen. So, und wenn ich jetzt davon ausgehe, hier ist Schatten, dann ist hier auch Schatten. Das hattet ihr ja auch schon so gezeichnet teilweise. Hier ist Schatten, hier ist Schatten und hier ist auch Schatten. So, hier ist Schatten. Dann fehlen nur noch die Schlagschatten hier. Und jetzt fehlt nur noch der Schlagschatten von der Flasche. Dose, Flasche, ich weiß noch nicht, wie ich es sagen soll. Da ist einmal, ich sehe hier an dem gelben, sehe ich das, oder ich sehe das eigentlich an allen Objekten. Hier, hier, hier ist die dritte Kontur. Also muss die auch hier ungefähr hier sein. So. Wie das Licht halt eben nicht drüber kommt. Und dann hier im gleichen Verhältnis bei der großen Flasche genauso. Auch ungefähr so hier. Das ist so eine Aufteilung. Ungefähr vier Viertel. Und das ist ein Viertel. Dann machen wir, dass das hier genauso ist. Dann hatte ich das ja gesagt. Bei einem hatte ich das angemerkt. Da war die Schraffur dann einfach so hier drauf gesetzt. Das ist schwierig. Ich unterteile das ja meistens nochmal in kleinere Segmente. Und jetzt nehme ich hier einen Winkel, den ich so steil irgendwie setze. Und dann hier einen Winkel nach außen hin, der noch ein bisschen steiler ist. Und da seht ihr schon, wie sich das verschleift. So. Dann brauche ich auch keine Kontur zeichnen. Ihr werdet gleich sehen, wie sich das mit dem Schlagschatten ergänzt. Hier mache ich das auch so. Ein Winkel so. Ein Winkel ein bisschen steiler. Und jetzt kommt der Schlagschatten. Und. So. Na, nicht zu groß. Vielleicht so. So. Ganz so groß wie es ist. Dann gehe ich schon noch ein bisschen aus meinem Bereich hier raus. Aber den Schlagschatten habe ich nicht mit eingerechnet. So, der Schlagschatten muss genau diesen Fluchten folgen. Also hier so. So. Und hier hinten ist, schließt das dann so ab. So. Und dann gehe ich jetzt einfach hier auch mit dem Licht. Der Schlagschatten soll einfach nur am Boden liegen. So. Und dann fließt auch hier das so zusammen. Und das soll es auch. Weil in der Wirklichkeit sah das dann auch so aus, dass der, dass man eigentlich hier keine Kontur so richtig sehen konnte, außer einem hellen Streifen. So. Wie kann ich das jetzt mal? Ich nehme einfach mal hier dieses Blatt. Ich muss das mal durchreißen. Jetzt hier kommen mal hier die Pfadfinder-Tricks. So. Ich lege hier mal die beiden so zusammen. Und radiere mal hier als Schablone hier was raus. So. Und dann seht ihr hier, dass ich hier so einen hellen Lichtstreifen rein radiert habe, der jetzt schön als wie so eine Art Lichtglanz. Also das ist ja das Sekundärlicht, was vom Tisch strahlt, was sich hier widerspiegelt. So. Und da. Ich rahme es nochmal ein. Da. Das ist wie so eine Art Kontur, was jetzt dann entsteht. So ergänzen sich die ganzen Dinge. Und jetzt kann ich auch hier bei den kleinen Kästchen das machen, was ich bei der Kugel gemacht habe. Aber jetzt habe ich schon mal bei der Kugel, dass ich sagen kann, also das hier, ich drücke mal noch ein bisschen mehr auf, das hier, das, was zu meinem Auge hin zeigt, das ist das Dunkle. Und das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass das jetzt in Wirklichkeit zu dunkel ist oder so, sondern ich muss den Blick des Betrachters lenken. Ich muss sagen, du sollst hier vorne hinschauen. Das ist das Allerdunkelste jetzt. Das ist der größte Kontrast. Das Allerhellste und das Dunkelste. Und von da aus geht es nach hinten jetzt weiter. Da nimmt die Kontrastperspektive jetzt immer weiter ab. So. So. Und auch hier so kleine Verläufe immer. Das kennt ihr ja. Verläufe in die Kanten reinzeichnen. So. Und hier. Das hat ungefähr die gleiche Qualität jetzt. So. Die Kugel, die kann man erst mal so schon ungefähr lassen. So. Und hier vielleicht noch. Also die Kanten würde ich jetzt einfach nochmal. Manchmal merkt ihr dann auch, dass es dann zu viel wird. Eigentlich sehen dann viele Dinge schon, wie hier so, das sieht dann eigentlich schon fast okay aus. Also da vielleicht nicht. Man muss auch gucken, wann die Zeichnung zu Ende ist. Dass man die nicht tot zeichnet. So. So. Die Konturen dann nicht zu sehr verstärken. Hier hinten ganz vorsichtig nochmal rangehen. Vielleicht ist das nämlich dann schon zu viel, wenn ich jetzt hier reinzeichne. Dann verläuft die, verlaufen diese Schatten ja nicht mehr so schön ineinander. So. So. Und dass ich hinten noch so ein bisschen so was Handwerkliches sehe. Das kann man vielleicht hier hinten ruhig so belassen. Und dann nach vorne die Details aufbauen. Dann kann ich zum Beispiel, dass hier so ein Aufkleber drauf war. Kann ich dann hier reinzeichnen. Und, aber dass das dunkel ist hier im Inneren des Kästchen, das lasse ich erst mal weg. Oder das hier war so ein Innenteil, der innen dunkel war. Übrigens nochmal der Tipp Schraffuren auf Ellipsen. Wenn ich die senkrecht setze, dann habe ich das Gefühl, ich kann reinschauen in einen Hohlkörper. Setze ich sie jetzt in der Symmetrieachse horizontal so. Dann habe ich das Gefühl, es ist ein abgeschlossener Deckel. Das sind nochmal so kleine Tricks. Dann Beschriftung hier, die hier drauf ist. Muss natürlich auch im Idealfall diesen elliptischen Strukturen folgen. So, irgendwie sowas. So, und war hier noch was? Ach ja, hier war Ausschrift drauf. Und das folgt ja alles den Fluchten, die ich schon vorgegeben habe. Deshalb ist das Wichtige, dass diese Proportionen und Fluchten stimmen. Das habe ich ja am Anfang, da habe ich ja ganz lange dran rumgezeichnet, habt ihr ja gesehen. Und das sollte man immer als Allerwichtigstes nehmen. Dass man da möglichst die längste Zeit drauf verwendet, dass das präzise ist. Dass ich hier diese inneren Flächen, dass die genau so sind, wie bei dem, was ich in Wirklichkeit sehe. Ich kann es jetzt nochmal zeigen. Tada! Also das ist jetzt alles, wie ich es gezeigt habe. Da seht ihr diese Fläche und diese Fläche und so. Das ergibt sich jetzt dann langsam hier unten in diesen Bereichen. So! Das ist jetzt mal. So! So!